Im Gefängnis habe ich immer Bücher neben mein Kopfkissen gelegt. Sie waren eine Art Schutzwall. Auf der anderen Seite war die Welt. Eine Welt ohne mich. Aber wer ist Juliette? Die geheimnisvolle Juliette. Juliette die Ätherische, das unbekannte Wesen. Sag mal, merkst du nicht, dass du alle nervst? War sie Bärenführerin in einem Zirkus, Geheimagent in der Mosse. Verdammt, Gerard, es reicht. Hör auf! Juliette verschwindet. Juliette taucht wieder auf. Hopp, hopp, hopp. Wie lange wird sie denn bleiben? Stört's dich. Um ehrlich zu sein, es stört mich. Auch wenn sie deine Schwester ist. Ja und? Aber du kennst sie doch kaum. Du verdrängst, was sie getan hat. Damit habe ich ein Problem. Du willst doch gar nicht wissen, warum. Es reicht, okay? Wie lange waren Sie im Gefängnis? 15. 15 Jahre. 15 Jahre? Das muss dann aber eine Riesenschweinerei gewesen sein. Où tu aimes? J'irai te chercher. Où tu vises. Où tu vises. Où tu te trouves. Où tu te touches. Où tu es sch affin miss? Où tu... Was ist denn? Danke.